Putin behauptete, 22, 23, es werde seine vertraglichen Pflichten bezüglich der Lieferung von Waffenersatzteilen erfüllen. Nun lässt der Kreml die Auslieferung verschieben. Drückt das den Käufer Richtung China, USA, EU. Ja, und in Richtung Eigenentwicklung. Dass die Türken heute so jetzt hier, hat es schon, ich glaube es hat schon den Erstflug gehabt, der türkische Jet. Das hat auch damit zu tun, dass sie beim F-35 rausgeworfen wurden. Wir sehen, Eigenentwicklungen sind nicht der einzige Weg. Aber wenn ich zum Beispiel von indischer Seite meine S-400 nicht bekomme, die kaufe ich ja nicht, weil ich sie auf Paraden präsentieren will, sondern die kaufe ich, weil ich das Gefühl habe, ich brauche sie. Wenn die Inder die nicht bekommen, werden sie als nächstes bei den Amerikanern nachfragen, ob sie nicht Patriot kaufen können. Oder sie überlegen sich, endlich ein eigenes System zu entwickeln, vielleicht mit den Israelis. Die Inder haben schon vorher mit den Israelis zusammengearbeitet. Israel hat halt das Problem, dass es hohe Waffenentwicklungskosten hat und die gerne umsetzt. Zum Beispiel die Lavi war ein israelisches Kampfflugzeug, was sie entwickelt haben. Und der zeigt eine überraschende Ähnlichkeit, wenn wir uns den hier anschauen, zur J-10 der Chinesen. Beide mit Kanads, beide in der Grundauslegung ähnlich. Da haben die Israelis wohl etwas Technologie verkauft. Ich glaube, es ist auch zugegeben oder sowas. Ich glaube, es ist noch nicht mal eine Theorie oder eine... Also die Israelis haben mit den Chinesen Waffengeschäfte durchgeführt. Schlicht und ergreifend, weil es schweineteuer ist, Waffen zu entwickeln, hochwertige. Und die Israelis, die irgendwie querfinanzieren müssen mit Staaten, die ihnen nicht feindlich gesündigt sind. Das heißt, wenn Israel es kann, wird es dann zum Beispiel ein Partner sein, der beispielsweise den Indern dabei hilft, ein eigenes Flugabwehrsystem zu entwickeln. Wenn sie es dürfen. Denn häufig hängen dann die Amerikaner mit drin und die packen dann den Daumen drauf und sagen, nee, ihr dürft denen nichts verkaufen, ihr dürft denen nichts liefern. Aber ja, das ist... Ich meine, die meisten Militärs, theoretisch zumindest, in der Praxis nicht immer, aber theoretisch zumindest, kauft ein Militär etwas, was es zur Verteidigung des Landes benötigt. Nicht, was es für schöne Paraden benötigt. Für schöne Paraden kann man darauf verzichten, aber für die Verteidigung des Landes nicht. Und wenn dann nicht kommt, was ich bestellt habe, dann brauche ich eine Alternative. So ist es einfach. Und die muss dann irgendwo herkommen und dann werden andere davon profitieren. Das ist dann Frankreich, was verkauft. Das ist irgendein anderer EU-Staat. Das sind die Amerikaner, das sind die Chinesen. Das sind zunehmend auch kleinere Spieler, die langsam eine Rolle spielen. Türkei zum Beispiel. Es wird dann vielleicht... Die Türkei kann heute Kampfhubschrauber bauen. Das sind eigentlich italienische. Das ist eigentlich die Mangusta aus Italien. Aber die Italiener waren so gierig, den Auftrag zu bekommen in der Türkei, dass sie den einen kompletten Technologietransfer zugestimmt haben, inklusive Vermarktungsrechte. Hat ihnen etwas Geld gebracht, hat aber dafür gesorgt, dass das die Pakistanis... Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon den türkischen Kampfhubschrauber gekauft haben, aber sie wollten ihn zumindest kaufen. Die hätten alternativ natürlich auch den Mangusta kaufen können. Sowas kommt halt dann dabei raus. Ja, denn Indien braucht seine S-400. Und wenn es die nicht bekommt, Indien braucht seine Suchoy 30 MKI. Wenn es die dafür Probleme mit den Ersatzteilen bekommt, wenn es neue braucht und die nicht bekommt, dann braucht es neue Kampfflugzeuge. Also die müssen dann irgendwo anders herkommen. Und dann kauft man sie halt beispielsweise in den USA. Das wird eine klare Konsequenz davon sein, ja. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.